In Mexiko findet bis heute ein Kaktus als sakrale Droge bei den Huichol-Indianern Verwendung. Seine dem LSD sehr ähnlichen, halluzinogenen Eigenschaften verdankt der Peyote-Kaktus einem seiner Inhaltsstoffe, dem Mescalin. Diese rituellen Zeremonien stehen im Mittelpunkt des religiösen Weltbildes dieser Indianer. Neu ist das Wirkungsbild von LSD also nur für den westlichen Kulturkreis. 1947 wird LSD an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich zum ersten Mal breit auf seine Einsatzmöglichkeiten in der Psychiatrie hin getestet. Die Ergebnisse sind ermutigend. Aufgrund dieser Resultate entschließt sich Sandoz 1949, Forschern und Ärzten LSD unter der Bezeichnung Delusid als Versuchspräparat zur Verfügung zu stellen. Im Begleitprospekt zur Delusid werden folgende Eigenschaften genannt. Delusid erzeugt vorübergehende Affektstörungen, Halluzinationen, Depersonalisationserscheinungen, bewusst werden verdrängte Erlebnisse. Als Indikationen werden genannt, zur seelischen Auflockerung bei analytischer Psychotherapie, besonders bei Angst- und Zwangsneurosen. Delusid vermittelt dem Arzt im Selbstversuch einen Einblick in die Ideenwelt des Geisteskranken. Zu Beginn der 50er Jahre beginnt LSD erstmals das Interesse der Medien zu erregen. Vor den Kameras der BBC kommt es zu einem Selbstversuch mit LSD. Ich fühle mich gut und gesund wie immer und ich nehme die Droge jetzt. Eineinhalb Stunden später. Können Sie uns eine besondere Farbe beschreiben? Die Farben da vor uns, diese Farbe, wie soll ich sagen, verdammt, mein Wortschatz reicht nicht aus dafür. Sprechen Sie vielleicht von diesem rötlichen Vorhang? Ja, und er hat wirklich verrückte Ornamente. Und das Licht, Entschuldigung, aber ich kann es nicht wirklich beschreiben. Sind Sie überrascht, wenn ich diesen Vorhang eher schäbig finde? Entschuldigung, aber ich meinte etwas anderes damit. Was meinen Sie in dieser Situation, wessen Urteil halten Sie denn für das Richtige? Jetzt stellen Sie mir eine Alles-oder-nichts-Frage. Ob ich aufgrund der Drogenwirkung den Vorhang eher so sehe, wie er wirklich ist, oder ob ich unter der Drogenwirkung Dinge sehe, die nicht so sind. Faszinierend. Tja, alles, was ich dazu sagen kann, ist, das ist eine Alles-oder-nichts-Frage. Einige Zeit später? Ich reise jetzt von einer Zeit in eine andere und wieder zurück. Es ist mir nicht genauso bewusst, ich weiß aber, dass ich mich auch im Raum bewege. Aber ich bin mir extrem bewusst, dass ich mich in der Zeit bewege. Die Dinge haben keine Abfolge. Und es gibt keine absolute Zeit, keinen absoluten Raum. Das sind nur Formen, die wir auf die Außenwelt projizieren. Zu dieser Zeit veröffentlicht der weltbekannte britische Schriftsteller Aldous Huxley seine Erfahrungen mit Mescaline und LSD unter dem Titel Die Pforten der Wahrnehmung und Himmel und Hölle. In diesen Drogen sieht er einen Schlüssel, um neue Welten des Bewusstseins zu erschließen. In Ihrem Buch über Mescaline beschreiben Sie die unschätzbare Erfahrung ausgelöst durch Drogen. Profitieren Schriftsteller von so etwas? Am meisten profitieren würden Professoren. Für fast jeden, der glaubt, die Welt genau zu kennen, der fixe Ideen und ein klar festgefügtes Weltbild besitzt, für den wären diese Drogen sehr gut, um zu erkennen, dass die Welt, die er sich konstruiert hat, in keiner Weise die einzige Welt ist. Dass es außergewöhnliche, völlig andere Welten gibt, die wir, und das ist eine Gnade, erfahren können. Huxleys Roman Eiland schildert eine utopische Gesellschaft, deren Weltbild von Einweihungsrieten bestimmt wird. Dabei kommt ein magischer Pilz zur Anwendung. Es ist Psilocybe, ein Pilz, der wie der Mescalinkaktus schon seit Jahrtausenden von mexikanischen Indianern verwendet wird. Mitte der 50er Jahre entdeckt der Pilzforscher Gordon Wawson, hier zusammen mit Albert Hofmann, dass diese Zeremonien bis heute im abgelegenen Hochland Südmexikos praktiziert werden. Er bringt die Pilze zur Untersuchung in Albert Hofmanns Labor. Es war ein fast unglaubliches Erlebnis oder ein Zufall, dass diese mexikanischen Zauberdrogen in mein Laboratorium kamen zur Untersuchung. Es war das LSD, das diese Stoffe in mein Laboratorium gezogen hat. Als diese, also gewisse mexikanische Zauberdrogen, es waren die heiligen Pilze, der Tionana-Kattel von amerikanischen Ethnologen, Mitte der 50er Jahre dieser Kult wieder entdeckt wurde, wurden diese Pilze wissenschaftlich untersucht und man war nicht fähig, die Wirkstoffe zu identifizieren. Man kam zu keinem Resultat und da hat sich der Botaniker erinnert, dass in Basel eben ein Stoff LSD entdeckt wurde und untersucht wurde, der dieselben Wirkungen hat, psychische Wirkungen hat, wie diese mexikanischen Pilze und er fragte uns an, ob wir interessiert werden, diese Untersuchungen durchzuführen. So kamen die Pilze in mein Laboratorium und wir waren dann erstaunt. Wir konnten dann relativ schnell diese Wirkstoffe isolieren, identifizieren, weil wir die Erfahrungen hatten mit LSD. Und dann stellte sich heraus, und das war auch wieder ein großer Zufall, dass sie nahverwandt sind, strukturell, chemisch, mit LSD. Fasziniert von dieser Entdeckung reist Hofmann 1962 selbst nach Mexiko. Auf den Spuren der Azteken, die den Psilocybe-Pilz schon vor Jahrtausenden rituell gebrauchten, reist er mit Gordon Wossen zusammen durch unwegsames Gelände zur Zauberheilerin Maria Sabina, die ihn an einer Pilzzeremonie teilnehmen lässt. Die Indianerin Maria Sabina ist eine Curandera, eine Heilpriesterin. Der Pilz bringt sie in Kontakt mit ihren Göttern, lässt sie in die Zukunft sehen und die Ursachen von Krankheiten erkennen. Weil es nicht die Zeit war, in der die Pilze erhältlich waren, konnte ich hier von meinem synthetischen Psilocybin in Form von Pillen diesen Stoffer abreichen. Sie waren am Anfang skeptisch, aber die ganze Zeremonie ist dann zu einer voller Befriedigung verlaufen. Und es war dann sozusagen ein Test an kompetentester Stelle, dass mein synthetisches Psilocybin identisch war mit dem natürlichen Psilocybin, mit dem Inhaltsstoff der Pilze. Wir haben dann nach den Pilzen, als ich in Kontakt war mit diesen amerikanischen Ethnologen, die haben mir gesagt, es gibt noch eine weitere Zauberdroge, die auch noch nicht aufgeklärt ist wissenschaftlich, das ist Ololyukwi. Das sind die Samen von gewissen Windernarten, die von den amerikanischen Schamanen seit Jahrtausenden in religiösen Zeremonien und magischen Heilpraktiken verwendet werden, dass diese Ololyukie eben auch noch nicht untersucht sei. Und so kamen dann auch diese Samen in mein Laboratorium. Und was wir dann fanden, und das war fast unglaublich, ich fand Stoffe darin, Lyserxäureamide, Lyserxäurehydroxyethylamide, die chemisch fast identisch war mit Lyserxäurehydroxyethylamide, wie schon die Bezeichnung zeigt. Also, mit anderen Worten, es zeigte sich, dass LSD, das man früher als Laboratoriumsprodukt eigentlich betrachtet hatte, es ist mir eine zufällige Entdeckung, dass das in die Gruppe der mexikanischen sakralen Drogen gehört, was seine Wirkung, Wirkungscharakter anbelangt, wie seine chemische Struktur.